Da. Da. Hast du ein 8er? Kai, komm mal mit. Ich hab was für dich. Ich hab was für dich. Komm mal bitte ganz bitte nach hinten, wenn's R viert. Ich hab da was geschäftliches mit dir zu klären. Die Exo. Hast du's endlich gekriegt? Ja, ich hab's endlich aus der Scheißkiste bekommen. Ja! Ja, ich guck jetzt mal. Ey, Junge!